Hallo und herzlich willkommen an alle auf der anderen Seite des Bildschirms. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Susanna und in diesem Video möchte ich dir zeigen, dass auch Textaufgaben, in denen Einheiten vorkommen, kein Grund zur Sorge sind. Doch wie immer, bevor wir beginnen können, bist du startklar? Dann lass uns gleich mit der Aufgabe durchstarten. Eva möchte Nudeln kochen. Das Wasser braucht auf Evas Herd eine Viertelstunde, bis es kocht. Die Nudeln müssen 6 Minuten kochen. Wie viele Minuten, bevor es Essen gibt, muss man das Wasser zum Kochen hinstellen. Liste die Aufgabe noch einmal aufmerksam durch und versuche sie erst einmal alleine zu lösen. Hast du eine Lösung gefunden? Wenn ja, dann kontrolliere sie. Wenn nein, kein Problem. Mach mit mir mit. Lass uns die Aufgabe gemeinsam bearbeiten. Ich verwende dazu wieder eine Tabelle, wie im Basic 1 Video. Gesucht ist eine Zeit, nämlich jene Zeit, die es braucht, um das Wasser zum Kochen zu bringen und die Zeit, die die Nudeln zum Kochen brauchen. Also eigentlich die Gesamtkochzeit in Minuten. Die Variable nenne ich G, wie Gesamtkochzeit. Gegeben ist einerseits die Zeit, die das Wasser zum Kochen braucht, nämlich eine Viertelstunde, und noch die Kochzeit der Nudeln. Diese Nudeln brauchen 6 Minuten, bis sie essfertig sind. Jetzt haben wir alle Informationen und wir können eine Gleichung aufstellen. Aber warte mal, etwas passt noch nicht. Weißt du, was ich meine? Eine Viertelstunde. Ach, du meinst, wir brauchen Zahlen? Da hast du recht. Mit einer Viertelstunde können wir nicht gut rechnen. Außerdem soll das Ergebnis in Minuten angegeben werden. Lass uns also eine Viertelstunde auch in Minuten anschreiben. Drück auf Pause, wenn du es alleine versuchen willst, eine Viertelstunde in Minuten umzuwandeln. Schreiben wir eine Viertelstunde erst einmal anders an, nämlich als Bruchzahl. Wie schreibe ich ein Viertel als Bruchzahl an? Natürlich als 1 Bruchstrich 4. Und weil es eine Viertelstunde ist, schreiben wir noch H für die Einheit der Stunde dazu. Das H kannst du dir merken, indem du an das englische Wort für Stunde, also Hour, denkst. Wie kommen wir nun auf Minuten? Naja, dafür musst du wissen, wie viele Minuten in einer Stunde sind. Nämlich 60 Minuten. Von einer Stunde zu einer Viertelstunde kommt man wie? Indem man durch 4 dividiert. Und weil hier gilt, je mehr, desto mehr, beziehungsweise je weniger, desto weniger, müssen wir auch bei den Minuten durch 4 dividieren. Also können wir schreiben, eine Viertelstunde ist das gleiche wie 60 Viertelminuten. Oder eben 60 geteilt durch 4 Minuten. 60 geteilt durch 4 ist gleich 15. Somit wissen wir also, Eine Viertelstunde ist 15 Minuten lang. Kommen wir wieder zu unserer Gleichungstabelle zurück. Denn statt einer Viertelstunde können wir jetzt was schreiben? 15 Minuten. Also 15 beim Wert und in der Beschreibung fügen wir noch in Minuten hinzu. Jetzt haben wir überall dieselbe Einheit und wir können ohne Probleme addieren. So, und nun ist die Gleichung aufzuschreiben schon ganz klar. Oder magst du die Methode mit den Strecken mehr? Stellen wir diese Textaufgabe auch noch grafisch dar, also mit Strecken. Schau, so. Wie würdest du sie beschriften? Für die passende Beschriftung ist das Aufstehen einer Gleichung für dich sicher ganz klar. Nämlich G, die Gesamtzeit, ist gleich 15 plus 6 Minuten lang. Somit erhalten wir für G gleich 21. Jetzt fehlt nur noch ein Antwortsatz. Wie lautet deiner? Mein Antwortsatz sieht so aus. Und du wirst es vielleicht gar nicht glauben, aber damit bist du auch schon am Ende des Videos. Das hast du wirklich super gemacht. Gratulation! Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Einheiten sind nicht jedermanns Sache. Wenn du dich jetzt schon fragst, wie es weitergeht, dann schau doch ins Basic 4 Video, wenn es darum geht, eine Textaufgabe mit mehreren Unbekannten zu lösen. Bis dann!